jo meine freunde was geht ab euch x7 hier am start am boom beach high level mittwoch leider bin ich noch immer erkältet und zur feier des tages weil ich erkältet bin habe ich mir eine eigene challenge überlegt und was darf nicht fehlen wenn man krank ist natürlich die medics wir haben ein boot mit medics ein boot mit grenadiers und der rest einfach mit heavies ich habe mir sogar eben einen namen ausgedacht beziehungsweise so mal überlegt eigentlich innerhalb von 30 sekunden wenn euch ein besserer name einfällt könnt ihr mir den gerne in die kommentare schreiben ich habe gedacht wir haben grenadiers wir haben heavies und wir haben medics wir gehen von den englischen namen natürlich aus das macht wie habe ich gesagt das ist gr von den grenadiers und dann das ev von den heavies gravix und dann das medics das ces am ende also gravix wir nehmen heute die gravix truppenkombi den namen gibt es noch gar nicht den habe ich mir jetzt so spontan ausgedacht aber vielleicht wird das ja was einfach mal gravix heute am start ihr seht das boot ist auf 20 das auf 19 mit dr terror werde ich das auch auf 20 aufwerten ich bin momentan in so einer ruhephase das heißt ich werde nichts anderes aus auf außer die boote da ich momentan ja auch krank bin und nicht so oft zum spielen komme ist das gar nicht so schlecht und es wird also es sind jetzt nur noch wenn das fertig ist nur noch die letzten zwei boote dann habe ich die boote endlich abgeschlossen meine güte das war eine eklige aufgabe ich hasse es boote aufzuwerten und ich denke wir werden sogar spiele angreifen wir gucken mal ob wir ein paar schöne auf der karte haben ich denke aber schon ich habe eben mal kurz geguckt und da waren ein paar 49er dabei hier haben wir sogar einen 48er mal sehen wir suchen uns den schönsten raus den wir leicht kaputt kriegen und dann dürfte das eigentlich kein problem für uns werden vielleicht schaffen wir sogar zwei wobei eine sicher mit unserer gravix strategie ich weiß auch noch nicht wie ich das ob das so optimal ist oder vielleicht zwei boote medics oder zwei boote grenadiers oder erst mal so wir lassen es erstmal so alles herwies ein boote medics ein boote grenadiers und ich glaube wir fangen bei ja wir fangen bei dem hier unten an bei einem chinesen der heißt die mäusefalle also übersetzt heißt er die mäusefalle so wir besiegen die mäusefalle mit gravix was schalten wir bei gravix aus als erstes würde ich sagen kümmern wir uns um die boom kanonen und dann um die schock werfer wobei schock werfer sind nicht so dramatisch aber können hässlich sein hier vorne können wir dieses vierer paket hier schocken deswegen kümmere ich mich erstmal um sachen die weiter hinten stehen wie das hier und das hier und hier mal zwei und hier mal mal gucken wie viel die brauchen ja die sind schnell kaputt die sachen der hat noch nicht sehr viel levelt bei der verteidigung also wird das leicht für uns werden ich glaube wir ja wir fangen so an abys und dann medics und dann noch eine ladung medics hier vorne schocken wir nicht mal mal gucken wie unsere medics arbeiten wir setzen nur gleich den flair nach links damit die nicht in die boom minen rennen da habe ich keine lust drauf und dann können wir gleich schon anfangen hier zu schocken und kümmern uns direkt schon um den nächsten um die nächste boom kanone hinter den statuen hat der vielleicht boom ihn versteckt aber es sieht noch relativ gut aus mit unseren heavies vorne wird wieder geschockt damit der schockwerfer nicht zu viel ärger bereiten kann uns nicht zu viel ärger bereiten kann und guckt mal wie viel energie ich schon wieder übrig habe können wir direkt mal hier reinsetzen damit die boom minen kaputt gehen und ein bisschen schon geschwächt wird zack wir müssen auch ein bisschen auf unsere grenadiers achten und auf unsere medics aber es sieht auf jeden fall sehr 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 gut aus muss ich echt sagen sehr gut wir werden wahrscheinlich noch einen besiegen und dann dürfte das machbar sein pass auf heavy ein heavy ist fast tot und hier vorne sieht es eigentlich ziemlich gut aus wenn ich es richtig sehe verlieren wir keinen wenn das so wirklich ist wir sind in zwei gruppen aufgeteilt beziehungsweise in drei in der mittel so eine kleine gruppe aber bam gravix starten durch haben wir echt keinen verloren oder einen ein heavy kann das sein oder gar keinen wow gravix die neue strategie bei heaven ist auf jeden fall sehr gut also die heavy sind ja mega schutzschild vorne man denkt ja nicht dass sie wirklich viel schaden waren sie machen auch wirklich wenig schaden da sie aber so viel aushalten und da sie in so einer masse kommen machen sie dennoch genug schaden wobei sie auch noch viel einstecken die grenadiers sind gut hinten wobei die vorne die heavy ist dann als schutzschild dienen werfen sie hinten aus der ferne die ganzen granaten treffen vielleicht boomin treffen irgendwelche anderen gebäude machen schaden und die medics dagegen die heilen uns noch zusätzlich mal sehen wen können wir noch angreifen den 60er garantiert nicht der hier vielleicht 48 sonst den da hinten rechts ich hätte lieber eine base wo die länger laufen können aber den könnten wir natürlich besiegen wie sieht es mit dem aus der ist ganz in ordnung baby boom kanon den könnten wir auch platt machen weil ich das nicht mag dass die schockwerfer so auseinander sind das heißt wir können nicht wirklich viel schocken die zwei könnten wir schocken aber hierbei wird es schon riskant deswegen nur hier die zwei die boom kanonen sind dafür sehr low ja ich glaube wir nehmen den hier wenn er nicht online ist wegen diesem boost er ist nicht online es tut mir leid falls ich dein loot kaputt mache hier troll geht das mit einem artillerie nein doch die haben boom kanonen ich glaube ich glaube ich nehme bombardement hierfür und guck mal wie es hier mit aussieht eins 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 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut dann gehe ich noch damit da drauf und spare mir den rest für den schockwerfer gleich dann haben wir eigentlich schon die größte gefahr beseitigt ich glaube ich hole mir sogar eine boom mine weg weil die hässlich sind und dann wieder genau die gleiche reihenfolge hier vorne wird jetzt gleich geschockt vielleicht schaffen wir das hier na ok die kanone leider nicht die raketenwerfer hauen richtig rein meine güte so die kanonen sind gefährlich deswegen wird jetzt hier geheilt ok ein heavy ist gestorben der hat auf jeden fall die kanonen schon hochgelevelt kanonen können wirklich sehr gefährlich werden äh kanonen wenn die gepusht sind und hochgelevelt können die fast so gefährlich werden wie boom kanonen also im übertragenen sinne sie können sie können sehr sehr viel damage machen sie sind natürlich nie so gut wie eine boom kanone aber sie können richtig reinhauen so das sieht eigentlich wieder ziemlich gut aus hier kann uns auch fast nichts mehr kaputt machen ich glaube wir verlieren nur diesen einen heavy und dann zerstören wir den rest der base hier einfach mal äh einfach an bombar the mortar hinten mal reingeschossen aber der hat fast keine verteidigungsgebäude mehr der arme typ tut mir schon ein bisschen leid dafür hat er mir vorne einen kaputt gemacht oder sogar zwei ein oder zwei naja ist auch nicht der weltuntergang vielleicht können wir sogar einen dritten angreifen gravix starten durch gravix meine neue lieblingsstrategie mega fun mega fun spielt mal gravix scheint auf jeden fall nicht eine schlechte kombi zu sein jetzt fängt es auch noch draußen an zu regnen es ist so kalt draußen dieser wind dieser regen dieser sturm zwei heavys verloren ich glaube da gibt es tragisches so wen können wir noch besiegen der hat viel loot der hat viel loot den hier oder den da unten der hat die raketenwerfer alles schön vorne das gefährliche ist nur dass dann meine 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 medics und meine grenadiers schnell getroffen werden entweder den oder stufe 50 oder nein den nicht entweder den einen oder hier unten den einen hier den hier den hier den wobei der hier eine base weit vorne hat hm der hat aber keinen keinen schutz drauf nehmen wir zuerst mal den hier oben wie heißt der riser 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 tut mir leid du wirst jetzt leider 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 sterben riser wird jetzt den schmerz von unseren äh gravix spüren die power gravix 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 räumen auf so welche boom kanone nehmen wir denn hm 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 die hier mit und die hier mit und die hier mit das ist sehr angenehm wenn die wenn die noch so schwach sind die sachen kann man so viel einfach hier mit kaputt machen äh mit energie ohne dass man irgendeine truppe gedroppt hat und dann hat man natürlich sehr gut also man hat damit weniger sachen zu kämpfen und unsere unsere truppen haben weniger schaden zu erleiden ich lasse jetzt erstmal die die grenadiers und die medics ein stück zurück damit die nicht direkt getroffen werden und jetzt droppe ich die jetzt setze ich hier mal einen schock ach schade ich hab gedacht vielleicht schaffen wir einen triple aber sie sind so abgelenkt weil sie auf die seite schießen und die geschockt sind dass unsere äh medics und unsere äh grenadiers ich vergesse immer den namen die benutze ich so selten äh keine probleme haben wir könnten sogar schon wieder da oben dings machen gefährlich ich glaube wir haben einen heavy verloren also achtet auf kanonen bei dieser kombi dann dürftet ihr eigentlich keine probleme haben und nicht in bumminen laufen das ist auch gefährlich heilen 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 ich glaube ein medic würde bei mir direkt sterben wenn er einen kanonenschuss abbekommt diese läuft der heavy genau in diese bumminen äh ist kein weltuntergang da oben stirbt jetzt noch einer uh er hat es überlebt helfen wir ihm nein nein ich habe einen medic ich wollte eigentlich eine artillerie setzen aber das wollte nicht so wie ich wollte egal aber der heavy hat trotzdem noch irgendwie überlebt wir könnten sie jetzt schon wieder zusammenführen aber ich lass sie mal ein bisschen sich austoben damit sie ein bisschen spaß haben und das maschinengewehr mache ich noch kaputt und da die grenadiers sowieso überall hinwerfen treffen sie so viel guckt euch diese grenadiers an die werfen einfach überall hin treffen sogar die häuser da hinten bam ravix die neue op kombi ach vier heavies verloren also bei dieser kombi verliert man meistens nur heavies und da sie auch noch relativ schnell aufgebaut sind ist das eigentlich relativ gut relativ relativ zu viel relativ heute eigentlich ziemlich gut mal gucken wir können vielleicht wir haben jetzt ein paar heavies verloren also ich würde jetzt normalerweise würde ich jetzt sagen wartet geht aus dem spiel raus und wartet bis die heavies aufgebaut sind sobald ihr mehr heavies verliert habt ihr weniger schutzschild vorne und dann sind die hinten natürlich schneller tot aber da es ja eine challenge ist wollen wir natürlich die letzten auch noch durchstarten bevor wir dazu kommen muss ich euch kurz meine truppen äh level zeigen falls ihr euch wundert und ihr meine videos noch nicht so lange guckt meine heavies sind natürlich gemakst der Rest ist noch low Gönadiers stufe 1 medics stufe 2 das heißt wenn ich sie aufwerte wird das noch eine eine schönere kombi macht auf jeden fall mega spaß es ist sogar besser als nur heavies weil die medics heilen natürlich auf stufe 2 noch relativ wenig aber wenigstens ein bisschen und die Gönadiers machen schönen Schaden aus der Ferne das heißt das wird glaube ich meine neue Lieblingskombi ich werde die in der Zukunft mal leveln jetzt gucken wir uns mal an wie das gegen eine Base läuft die nur vorne ihre Verteidigung hat die außer diesen 2 Goldlager alle economy buildings hinten hat das heißt weniger freie Energie dagegen ist sie natürlich noch relativ schwach im Level aber ist wenigstens ein neuer Versuch wenn die Truppen gemakst sind dann kümmere ich mich auch gerne mal um Stufe 50er da freue ich mich drauf oder wie soll ich den Bombardermorder reingesetzt ich wollte eigentlich Artillerie nehmen ich glaube das macht auch nichts kaputt keine große Sache am liebsten würde ich ja jetzt so eine Kanone kaputt machen gucken wie viel hält die aus oh oh so und dann so haben wir wenigstens ein paar Gebäude kaputt gleichzeitig 4 Stück ja 4 Stück das war mein Ziel so jetzt setze ich meine wir fangen hier unten an zack 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 und jetzt wird direkt geschockt der Schockwerfer war eine Sekunde schneller aber das ist kein großes Problem Medics passt auf passt auf das ist das gefährliche was ich vermeiden will dass die Medics und Grenadiers direkt getroffen werden aber es sieht noch relativ gut aus sie verteilen sich schön die Base wird komplett auseinander gerupft vorne leiden ein paar Heavys aber so wie es aussieht haben sie jetzt auch nichts mehr übrig wir haben jetzt gleich ein bisschen Spaß und laufen nach dahinten Typ kann mich mal ich mach alles kaputt bei dem ein bisschen Rauch wenn meine armen Medics nicht sterben so nochmal nach dahinten ich will nicht dass ihr das Hauptquartier kaputt macht selbst diese Maschinengewehr machen bei meinen Level 2 Medics kaum Schaden du 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 wir haben Spaß heute obwohl es mir nicht gut geht geht es mir gerade gut das will was heißen boah das wäre jetzt ein Horror gewesen wenn ich nicht den Ton aufgenommen hätte aber Gott sei Dank schon so zack zack die arme Base die arme Base die arme Base sie wird jetzt in Rauch eingehüllt nochmal Rauch und nochmal Rauch und nochmal Rauch ich wette das Hauptquartier jetzt stirbt ohne dass wir haben jedes Gebäude zerstört wir haben jedes Gebäude zerstört und noch ein Flair oh nutzt Gravix Gravix die neue die neue schöne Kombi 520.000 Gold nice wir könnten sogar noch einen kaputt machen kümmern wir uns um den hier der hier was nein nicht der hier haben wir den auch schon besiegt haben wir noch einen der hier nein das ist der mit dem Loot das ist ein 55er um den kümmern wir uns nicht obwohl wir es auch schaffen würden mit vollen Truppen aber da ich in dem Video ja mehrere kaputt machen wollte habe ich erstmal die schwachen gemacht joa dann bleibt uns jetzt nur noch ach hier unten den haben wir ja gar nicht geguckt der ist aber 56 oh dann bleibt uns jetzt nur noch der hier übrig der 50er der hat auch so eine Base wieder vorne hat mehr drauf gepusht und die 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 Schockwerfer sind schon also der wird auf jeden Fall einen Tick härter aber ich denke für unsere Gravix auch kein Problem auch kein Problem uh naja mal sehen auch wieder alle Economy Buildings hinten Minen die Boomin sind hochgelevelt uh wir gucken mal wie es läuft und dann sehen wir wie es läuft diese Logik einfach aber ich werde mich erstmal um die Schockwerfer kümmern weil die einfach zu gefährlich sind weil wenn die so hochgelevelt sind machen die mega Schaden äh nicht mega Schaden halten die mega viel aus und dann stoppen die so unsere Heavies hier vorne würde ich gerne Bombardement rein knallen aber naja also ich denke da es unser letzter Angriff ist können wir ruhig hier noch ein Bombardement reinsetzen und riskieren dass wir ein paar verlieren verlieren wir sowieso aber das ist kein Weltunternehmen so wir schocken erstmal hier vorne richtig schlecht geschockt wieso habe ich da geschockt wir haben einen Medic verloren wieso habe ich nicht die Boomkanone geschockt eigentlich wollte ich die Boomkanone schocken aber naja der wird trotzdem kaputt gehen der wird einfach sterben bei unseren Gravix der hat nur noch eine Boomkanone übrig die wird jetzt geschockt wir ziehen uns gleich nach hinten zurück sobald die Boomkanone kaputt ist ziehen wir uns zurück und zack jetzt ist sie kaputt ein bisschen Rauch und hier wird jetzt mal schön geheilt und nochmal geheilt damit so wenige wie möglich sterben wir haben nur einen Medic verloren bisher also von Heavies und äh von Medics und Gennadiers Heavies haben wir schon ein paar verloren glaube ich so jetzt könnten wir den Raketenwerfer schon mal schwächen boah der braucht so viel ich glaube das schaffen wir nicht mit Energie oder ne 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 da warten wir lieber auf ein Medkit wobei wobei wenn die von da oben jetzt da runter kommen naja egal wir kriegen die Base trotzdem platt platt jetzt mit ein paar mehr Verlusten aber das ist keine große Sache vielleicht treffen wir unsere Gennadiers noch nein sie haben ihn zerstört Bam Medic ihr habt gute Arbeit geleistet Medics nicht Medic es sind ja drei Stück beziehungsweise vier einer hat uns verlassen oh der arme also sie haben uns auf jeden Fall gut geheilt wir haben nur 5 Heavies verloren guckt mal selbst bei einer Stufe 50 Base mit gemachsten Schockwerfern wir haben jetzt natürlich keine geboostete Base besiegt ich habe dafür auch nicht alles ich habe dafür gar keine Statue geboostet meine Boote sind noch nicht auf 20 und die zwei sind noch richtig low aber ich würde sagen das ist jetzt meine neue Lieblings Truppenkombi Gravix ihr seht es im Titel wie es geschrieben wird ich habe den Namen also ich finde den Namen gar nicht so schlecht würde mich mal interessieren was ihr von diesem Namen haltet es ist auf jeden Fall es ist es ist auf jeden Fall cool und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und naja ich hoffe es wird jetzt langsam mit meiner Erkältung ich hoffe euch geht es besser besser als mir und ihr habt noch schöne Osterferien und freut euch auf Ostern und vielleicht kommt ja über Ostern schon das neue Boom Beach Update wäre cool wenn ich bis dahin meine Boote auf 20 habe wenn nicht dann wird es auch nicht mehr so lange dauern ich arbeite an meinen Truppen momentan sind meine Abfuckler auf dem Weg zur Stufe 6 ich mache momentan die Abfuckler weil sie einfach am meisten Gold kosten und ich so viel Gold übrig habe und das Schwachsinn wäre wenn ich 7 Millionen Gold habe einfach meine Millionen nur hierfür auszugeben und der Rest wird mir dann geklaut also deswegen erstmal Abfuckler dann wahrscheinlich erstmal Gennadiers die sind ja für diese Kombi sehr gut geeignet freue ich mich ich freue mich sehr 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 auf die Zukunft wenn meine Boote und meine Truppen gemax sind das wird dann sehr lustig mit den Challenges vor allem wenn wir dann in den High Level Bereich kommen mit höheren Medals wenn ich dann irgendwann die 1000 Medals erreiche wenn ich dann mal Zeit dafür habe naja 700 Medals sind eigentlich momentan so meine Standard Medaillen wo ich um den Dreh immer rum bin das war ein sehr guter Satz also ich schwanke zwischen 690 und 710 Medaillen momentan eigentlich immer ja ich hoffe euch hat das Video irgendwie gefallen die neue Truppenkombi müsst ihr unbedingt mal testen Gravix eigentlich sollte man ja mit Heavies anfangen weil man mehr davon hat aber Hevgrill deswegen Gravix müsste eigentlich passen Grenadiers Grav Gravix ja müsste eigentlich passen vom Namen ja haut rein Freunde ich hoffe wir sehen uns nächste Woche Montag Mittwoch oder Samstag also wir haben keine Ahnung wir sehen uns in irgendeinem Video von mir BoomBeach Montags Mittwoch Samstags und haut rein Freunde bis zum nächsten Mal Ciao